ja hallo schön dass ihr wieder rein gestaltet habt und heute haben wir wieder was ganz besonderes zuerst kommen wir zu der geschichte von dem gebäude falls euch das nicht interessiert könnt ihr gerne unten in der playlist einfach zu den bildern springen ja 1976 wurde das etablishment in barbenhausen eröffnet mit dem namen der murl offiziell durfte es aber nicht betrieben werden der damalige besitzer wolfgang s betitelte es als hotel und ließ davor ein kinderspielplatz bauen mit eisenbahnen kleinen tieren und vieles mehr um das ganze ebenso bisschen zu verschleiern der club hatte mehrere etagen in der unteren etage im erdgeschoss im tiefgeschoss gab es sogar ein schwimmbad ein saunaclub whirlpool und auch einen riesen weinkeller der hingucker war natürlich der barbereich im ersten stock oder beziehungsweise im werkgeschoss dort war alles mit rotem samt ausgekleidet und dementsprechend auch ein bisschen anrührig bemalt auch der barbereich war dann mit spiegeln beklebt und war schon ein besonderer hingucker dann gab es noch die oberetage das waren dann die privaten zimmer 1990 flog die illegale tätigkeit auf da es damals zu einem brand gekommen ist der damalige besitzer saß dann für sieben jahre ein und wurde seitdem nie mehr wieder gesehen ab diesem zeitpunkt stand dann das gebäude leer verfiel dann langsam 2018 genau 28 jahre später konnte ich das gelände mit einer genehmigung betreten um dort einige fotos zu machen pflicht war natürlich ein helm aufzusetzen weil zum teil dass die dachkonstruktion nicht mehr ganz stabil war und der untere bereich konnte man ohne atemschutzmaskid eigentlich betreten gerade da wo der saunabereich war und deswegen bereich war das alles so dermaßen stark mit pilzen gefallen war dass man schon beim auftreten sind schon die sporn hoch geflogen das war schon richtig übel gewesen leider haben auch hier viele schon randaliert zwar wieder die kabeldiebe da wurde sehr viel kaputtgeschlagen demoliert auseinandergenommen also total unsinnig eigentlich viel ist natürlich von ganzen inventar dann auch nicht mehr übrig geblieben es war noch ein alter plattenspieler ein tonbandgerät und kassettenrekorder hier natürlich alle kaputtgeschlagen waren leider aber es waren alles noch zeitzeugen gewesen von der damaligen zeit auch der unteren bereich das binning pool ist komplett zugemüllt also richtig zugemüllt und hat sich gar nicht mehr gelohnt da auch noch irgendwelche fotos zu machen was auch wiederum schade ist eigentlich auch in den oberen etagen wo die einzelzimmer waren die pensionszimmer sozusagen waren zum teil also sehr stark zusammengeschlagen die betten waren zuseinander genommen die schränke die fenster waren demoliert also es war eigentlich nur noch ein trauriges schauspiel eigentlich was man da zu sehen bekommen hatte das einzigste highlight war dann ja das immer der ich sag jetzt mal ja bodell mutter das war natürlich das größte zimmer am doppelbett und er hat wirklich gewagt mich mal drauf zu stellen das hat mich aber nicht lange ausgehalten ich bin dann wieder runter gestiegen nachdem es ein schlag getran hatte und das gebäude steht noch da ist aber absolut nicht mehr betretbar weil das dach dann derma so schon zu eingestürzt ist und dass die fahr einfach ist es einfach zu gefährlich zu betreten ja schön dass ihr wieder mal reingeschaut habt und ich hoffe es war spannend für euch gewesen und hat mich auch sehr gefreut und wenn ihr möchtet könnt ihr dann auch das nächste video anschauen wenn ihr wollt und ja dann sehen wir uns gleich beim nächsten video